Kree ist witzig, ich will eigentlich mehr Kree wieder haben. Ja dann... Ja dann misch werde ich nicht. Fang an zu aimen. Alter. Aber ich stell mich jetzt wieder um an die Seite wo ich eben stand, ich kann richtig gut von dauer schießen. Da kann ich nämlich um die Kiste drüber, die in der Mitte steht. Das ist relativ gut wenn die so zusammenstehen für mich. Ja. Das ist für jeden relativ gut. Brenzend. Überhaupt generell ist es ein bisschen oben stehen. Okay, oben stehen sie irgendwie geil. Ja. 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 Schocktire, oben Ich sterbe gleich, Hilfe WTF Leute, die kommen gerade durch Ich hab nicht gehört, aber ich hab den Reifen nicht getroffen Dann hätten wir irgendwas gebraucht In dem Moment Ich hab dummerweise mein Ding jetzt nicht ab Ich hab auch verfehlt, aber Aber der Reifen geht immer zur Tür Wenn du nicht an der Tür gestanden hättest, wärst du nicht gestorben Ja, ich bin runtergesprungen Ja, wenn du nicht zur Tür gehst, stirbst du auch nicht Die wollen immer zur Tür und der Reifen auch Oh oh, ich hab nichts ready Ich kann ihn direkt Ich hab meine Ulti ready Die kommen direkt in die Mitte Marvin, kannst du mich mal heilen? Wir sollten unsere Ultis nicht so... Ich meine, das ist wertlos Naja, du kannst... Du warst Wenn wir in dem Kombo mit meiner Ulti Du kannst in der Kombo mit Ben raus, ne? Oder Marvin, Marvin mit meiner Ulti auch Das geht dann viel schneller, ne? Ja, Ben ist das glaube ich am effektivsten Ja, oder meine, wie gesagt Wie gesagt, meine Ulti lädt schneller auf Das kann auch gut sein Möglich Ja Aber der wäre es ja, wenn Bitte Ich hab mich verwischt Kommt vor allem mehr Viecher, die schießen, ne? So generell Wird's ja? Wird's ja? Ja, ja Wird's ja? 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 Okay Wird's ja? Ne, noch nicht Wird das Wird an dem nächsten Boss aufheben Au Marvin Bleib stehn verdammt nochmal Ja ich wüsste die blauen Dingern ausweicht Wenn der nächste Boss kommt, dann kannst du mir deine Ultima geben, Marvin. Musst du so ein bisschen in meiner Nähe bleiben. Ich bin hier oben. Ich bin eigentlich die ganze Zeit in Sichtweiter, oder? Ja. Ich hab nur ein bisschen Dreiheit aufgenommen. Okay, was wollt ihr die ganze Zeit von mir? Piss dich. Ben, kommst du her? Ja, ich bin schon in der Nähe. Ja, ich bin bereit. Marvin, kannst du ihn sleepen? Ja, das war schnell. Würde ich behaupten. Kannst du jetzt ein klein wenig ins Allerplatz gemacht werden, Marvin? Das weiß ich nicht, also ich hab eigentlich auf das Fingers drauf geschossen, hab ich eigentlich. Rechts, rechts. Hab ihn. Au. Ich mein, Ben hat auch eine Heilung, also, ne? Denk dran. Ja, ja. Deswegen. Ich mach die schon immer mal runter. Huiuiui. Aber läuft doch. Bis jetzt. Wenn das erste Rad durchgekommen ist, dann hast du, ja, ist ganz gut. Ja, ich muss halt meinen AOE bisschen für das Rad aufheben, dann geht das eigentlich ganz gut. Komm schon wieder hoch, Frankenstein. Hast du eine Old Verdee, Marvin? Ich hab eine Old Verdee. Also ich war nur Verdee. Weil ich die sehr. Ab ihn. Wieso bist du der Einzige, der so viel Damage kriegt? Weil sie eben auf ihn gehen? Ja. Ich weiß zwar nicht, warum sie auf mich gehen, aber sie gehen natürlich lieber auf mich. Shit. 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 Und heal brauchen. Danke. Sie ignorieren ja sogar dich da oben. Und schießen auf ihn. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich find's gut, weil ich kann mich nicht selbst nicht heilen. Wird nicht wirklich, mit der Rater muss ich ein Damage machen. Vielleicht ist das auch Balancing Sache? Ja, vielleicht. Dass es nicht zuerst auf die Healer geht, weil das wär dann bisschen frage. Das ist wahrscheinlich auch schwer, geht's auf die Healer. Oh, komm schon. Ey, das ist schön für uns. Alter, der trifft mich grad schlecht. Eifen links. Ups erwischt. Der kommt noch mit Eifen. Lol. Der kam rechts auch noch. Das ist halt jetzt doch bisschen schwerer. Meter. Ich hab durchgehört. Ich hab mitgenommen. Ja, die Ulti-Combo ist auf jeden Fall nötig hier. Ja, wenn halt alles auf einmal kommt, plus der Boss noch. Schon ein bisschen übel. Ja, aber brauchen wir auf jeden Fall mehr Ultis. Also mein Ulti wird da essentiell sein. Wann kommt das denn eigentlich? Oh. Oh nein, Witch. Oh Gott. Alles kommt wieder. Ich hab nur noch 64%. Ja, das ist mir 60%. Keine Ohr. Aber du kannst dich nicht zufällig sliehen. Dumme Bitch. Ne. Ben? Ja. Bin ready. Die dürfte nicht zusammenlaufen, da kann ich sie nicht ulken. Keine Ohr. In Hangout. felt it for a while to attack. das Ulter Armut. Alle Klar. Da ist noch der Junkinstein selber ne? Ein Minion ist doch bei uns! Hilfe! Ich brauche Leif! Marvin! Bleib stehen! Au! Danke! Fress! Wuh! Die Brust! Also schon halb gestorben in der Runde jetzt! Achievement! Achievement! Survived the night! Ah, du kriegst nen Spray, okay! Alter! Ach, das ist das! Ja, okay! Jetzt! Wie da einfach alles gilt! Uiuiuiui! Aiuiuiui! Aber wir haben wahrscheinlich nicht volle Punkte bekommen, oder? Bitte- Ne! Ne, wir haben ja verloren! You made the right decision. Boah, Vincent, du. Hübler. 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 Selfwater. Uh, viermal Gold, einfach Silver. Ich war das übrigens, der Vincent gewohntet hat. Ja, Vincent hat Selfwater, wie eindeutig. Ja. Selfwater. Lootbox, 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 lootbox. Das hab ich nicht.